Mein Name ist Emil Dilić. Willkommen in meinem bescheidenen Zuhause. So, hier sind wir in meinem Schlafzimmer. Da wollte ich euch meine kleine Sammlung zeigen. Die fangt einmal da an, mit Pokalen. Ja, da habe ich ein paar Pokale eben. Das ist nicht nur alles Fußball, sondern auch vom Wolkerslofer Herbstlauf. Erster Platz, ich sag mal erster Platz. Dann vom Rapid Camp bin ich gewählt worden von, ich glaube das waren damals 150 Spieler, bin ich gewählt worden zum besten Spieler. Ja, das sind Pokale von Turnieren und diese Reihe, die liegt mir besonders am Herzen, weil das sind alles Pokale, Auszeichnungen zum besten Spieler, Torschütze, bester Spieler, Torschütze, Torschütze, Torschütze. Auf die bin ich besonders stolz. Ja, da haben wir, das ist die ASKÖ Bundesausfall. Das war im Jahr 2009, sind wir Bundesmeister geworden im Burgenland, mit der Auswahl aus Niederösterreich. Dann geht es da zu meinen Medaillen und ein paar Urkunden, nichts besonderes. Ja, die haben bei mir auf jeden Fall einen besonderen Platz bekommen, weil ich auf die Auszeichnungen sehr stolz bin. So, jetzt fahren wir von mir daheim zu meinem Sportplatz. Der ist ca. 1,5 Kilometer von meinem Haus entfernt. Ja, früher bin ich eben nach der Schule gleich dorthin gegangen oder gefahren, teilweise auch gelaufen. War ein Aufwärmen quasi. Der Sportplatz hat mich auf jeden Fall geprägt, weil ich acht Jahre lang immer gespielt habe, teilweise auch alleine. Jeder Spieler hat seinen Sportplatz, seinen Bolzplatz, wie man das so nimmt. So, da sind wir jetzt bei mir in Tronfell auf dem Sportplatz. Ist so gleich noch kein Spielplatz. Ja, hier habe ich gleich nach der Schule, also es war Volksschule und Hauptschule, acht Jahre, das war das erste, was ich gemacht habe nach der Schule, wo ich heimgekommen bin. Gleich einmal Fußball-Sachen geholt, umgezogen und dahergekommen. Großteils war ich alleine, also ich habe da selber mein Training gestaltet, da ich ja nie in einem Leistungszentrum oder in einer Akademie war. Ja, gemeinsam mit meinem besten Freund mit dem Tennis und auch mit anderen Freunden haben wir hier Spiele absolviert, verschiedene Arten. Ja, und das hat auch meine Karriere geprägt auf jeden Fall, wenn man acht Jahre durchgehend hier trainiert. Einfach das, wo man sich denkt, das brauche ich, dass ich ganz rauf komme. Eben schießen mit der Bahn, das war sehr hilfreich. Die Wochenende verbringen wir immer, entweder da oder am Sportplatz in der Nebenmannschaft. Ja, sind sehr anstrengend. Das ist für uns kein Auslaufen, das ist für uns ein zusätzliches Training, wenn man sich dann herstellen eins gegen eins und auf die zwei Tore einfach losballern. Ich glaube auch, dass wir in zehn, zwanzig Jahren, wenn wir dann alte Knacker sind, dass wir trotzdem herkommen werden und wieder spielen werden, so wie früher. Und da werden wir auch sagen, ja, früher wie damals haben wir hier gespielt und abschließend zu unserer fußballerischen Karriere dann. Der Emia, also mein Emia ist auf jeden Fall immer lustig. Der Emia will nie zuhause sitzen, der will immer irgendwas unternehmen. Er versteht einen Spaß auf jeden Fall. Wir gehen oft fort miteinander. Ein sehr netter Mensch, höflich und sportlich halt auf jeden Fall. Ja, ich bin ein gut erzogener Mann geworden mit der Zeit. Ich verstehe viel Spaß, aber kann auch leicht explodieren wie ein Vulkan. Das war früher immer so eine lustige Geschichte mit ihm, wie wir angefangen haben. Beim Schießen, das werde ich immer merken, da ist er immer ausgerutscht. Er hat nie schießen können, ohne dass er stehen bleibt. Der Trainer, der Jochen Spitzer, mein erster Trainer, der hat gedacht, dass das jetzt gibt es ja nicht mehr. Er musste stehen bleiben können. Ich versuche es eh, es ist nicht gegangen. Und das hat wirklich sehr, sehr lange gedauert, bis ich einfach dann nach dem Schluss stehen geblieben bin. Gott sei Dank. Und mit der Zeit hat sich das dann aber komplett geändert. Und eben der komplette Sinneswandel ist dann gekommen. Und dann mit 13, 14 hat er auf einmal einen Schwung bekommen. Und dann war er nur in der Zeitung. Für mich war, ich habe schon, ich sagte, Emia, du bist Profispieler. Und ich war auf dem Spielhorn gegen Kolumbia. Und ich kann den ersten Kontakt machen mit dem Sportdirektor. Und ich frage ihn wegen dem Probetraining. Nichts beim Probetraining, sondern beim Training. Emia war im Bundesheer im Horn oben. Der hat ein Lager oben. Und der Sportdirektor, Herr Wichlanek, sagte mir, kein Problem, Herr Tilic, kann der Emia kommen auf das Training. Aber er muss mit der zweiten Mannschaft trainieren. Dort habe ich anscheinend gut trainiert. Die haben mich weiterhin beobachtet. Und ich kann mich noch gut erinnern, das war gegen Vösendorf in der Kabine. Bei der Ansprache vom Trainer. Vor dem Spiel läutet, also hat mein Handy vibriert. Ich habe das gehört. Nach der Ansprache habe ich hingeschaut und ist gestanden Sportdirektor Wichlanek aus Horn. Ich habe mich natürlich gefreut. Ich wusste, um was es geht. Und ja, so haben wir sich dann getroffen. Ich war einmal auf Probe. Das hat dann gepasst. Die haben sich geeinigt. Und ich habe auf jeden Fall in der Regionalliga eine Traum-Saison gehabt. Es ist wirklich einiges gegangen, nicht alles. Aber einiges. Und das hat genügt. Und ich habe meinen Vertrag bei Horn verlängert. Und bin sehr glücklich. Ja, ich habe ihm immer auf ihn gedacht. Er war ständig mit dem Ball umgegangen und so. Und ich habe immer gedacht, er wird das und er muss es schaffen. Wir haben ihn immer unterstützt dabei und in jeder Art und so. Und wirklich, er hat diesen Wunsch erfüllt. Was wäre ein optionaler Beruf für Emil, wenn er kein Fußballer geworden wäre? Ein optionaler Beruf. Ich sage einmal, er sagt zu mir immer, wenn er kein Fußballer wäre, würde er meinen Beruf machen. Und ich bin ein Sperrtechniker. Und das heißt, ich sperre den Leuten in Wien das Warmwasser und die Heizung ab, wenn sie nicht zahlen. Und er sagt immer, wenn er nicht Fußballer wäre, würde er meinen Beruf machen. Weil das nicht so anstrengend ist. Ich habe Handelsschule absolviert. Ja, müsste man schauen. Vielleicht etwas im Büro oder eben was, was nicht so anstrengend ist, sagen wir so. Und gut bezahlt wird. Na ja, ich kann eine Geschichte aus der Kindheit erzählen. Ich höre ihn nicht so gerne. Da haben wir gespielt. Da war ich bei ihm zu Hause. Und da haben wir so quasi Räuber und Schlamm gespielt. Und er hat mich mit der Waffe von hinten bedroht. Und ich habe mir den Bogen ausgeholt und habe ihn im Milch dann ausgeschlagen. Und darüber lachen wir halt immer noch, wenn wir das hören oder darüber reden. Ja, also ich, wenn ich, also in meiner Freizeit bin ich, wie gesagt, ich kann nicht oft, also im Haus kann ich nicht oft, also lang sein. Ich muss raus sein. Ich will meistens Billiards spielen oder ich gehe Tennis spielen. Im Kino bin ich oft. Mit Freunden treffe ich mich in ein Lokal, ein bisschen was trinken. Ja, das ist eigentlich meine Große aus meiner Freizeit. Ja, also ich habe da ein paar Fotos vorbereitet von damals. Ja, hier ein Foto mit meinen Eltern, wo ich erst auf die Welt gekommen bin. Das war 1991 in Bosnien vor dem Krieg. Ja, mit sieben Monaten bin ich eben, also wie besser gesagt, aus Bosnien geflohen, wo der Krieg erst in den Anfangsstufen war. Ja, dann geht es weiter im Kindergarten. Ja, die Zeiten sind vorbei, wo ich noch ein Frauenheld war. Ja, das Bild zeigt alles. Dann habe ich hier, das war nach der Kriegszeit, sind wir wieder nach Bosnien gefahren, zu meinem Opa. Das war im Stall mit den Kühen. Da habe ich dem Opa ein bisschen ausgeholfen. Dann haben wir hier noch, auch in Bosnien, da habe ich ein bisschen Fußball gespielt. Mit meinem Cousin und mit meinem Onkel. Das war zum Neujahr, das war in der Hauptstadt in Sarajevo. Da waren wir zu Besuch bei Bekannten. Ja, natürlich ein bisschen zeichnen. Hier noch ein Foto aus der Mistelbacher Jugend mit einem Freund von mir, wo wir in der Halle Pokal gewonnen haben. Ja, das sind eigentlich die Fotos von den letzten Jahren, also wo ich kleiner war, besser gesagt. Ich bin das Besuch mit mir. Deswegen gehen wir schon einmal an, also war mit einem Garten, aber das war mit einer Hände. Wir haben die Aufmerksamkeit.